Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra und den letzten Part in dieser Aufnahme-Session natürlich auch. Wir werden jetzt erstmal den Serano-Schinkenklopfer machen und mal gucken, dass wir hier den Mobstar kaputt kriegen. Komm mal her. Oh nein, jetzt treffen wir wieder nicht, ist ja sensationell. Versuchen wir es einfach so schön betäubt. Sehr schön, auch direkt umgehauen und der so viel Leben hat der gar nicht, sehe ich gerade. Der ist ja jetzt gleich schon tot, ist ja sensationell. So, da nochmal so draufhauen und dann war es das schon. Ja, 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 komm, da haben wir ihn auch schon down. Sehr schön, hier ist auch noch eine Truhe, aber mit der Truhe können wir nichts machen. Können wir nicht anklicken, gar nichts. Jetzt ist die Frage, was müssen wir machen, wenn die... Ach, jetzt müssen wir hier was anwenden, so wie es ausschaut. Der Moment, wir haben irgendwie ein Quest-Item bekommen, muss sein. Was ist das, das? Der Onyx-Atem. Können wir den irgendwie einsetzen? Ich setze den einfach mal... Wo setze ich den denn hin? Scheiße, alles voll. Äh. Könnt ihr hier nicht benutzen? Ah, ich weiß, wie wir es machen. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist er jetzt hin? Wir wählen einfach hier mal die zweite aus. Können wir gar nicht reinsetzen, so wie es ausschaut. Hä? Und jetzt? Ähm. Hallo? Ich würde gerne... Wieso können wir denn hier oben klicken? Ich weiß auch nicht. Ne, zerhauen müssen wir das nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Hallo? Wendet den stillen Reiniger auf... Also, Moment. Den Reiniger? Was für ein Reiniger denn? Ach, den da. Okay. Versuchen wir das einfach mal. Den können wir sogar anwenden. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal so. War gar nicht der Atem, den wir dafür brauchten. So, da haben wir Nummer 1 schon mal. Ja. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Haben wir doch gemacht. Da haben wir doch eingesetzt. Was will der denn jetzt von uns? Hallo? Hä? Sehr seltsam. Moment. Wendet den stillen Reiniger auf das... Auf den Onyx-Arten an, um mit dem... Um die Grabsteine da zu zerstören. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Stiller Reiniger. Können wir das jetzt nochmal machen, oder was? Moment. Ich blicke da gerade nicht ganz durch durch die Quest. Haben wir den jetzt drin? Jetzt haben wir ihn drin. Also nochmal. Ah, okay. Jetzt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Wir mussten erstmal den Reiniger mit dem Atem, den wir von dem Mobster bekommen haben, aktivieren oder kombinieren. Und jetzt können wir auch die Steine damit zerstören. Na, das erklärt natürlich einiges. So, das ist der dritte. Und da haben wir den vierten. Sehr schön. Das müssen wir jetzt machen. Jetzt müssen wir erstmal das Ding da wieder rausnehmen. Und die Skills wieder anwählen. Jetzt müssen wir da unten irgendwas tun. Das kommt mir alles so unbekannt vor. Aber richtig unbekannt gerade. Was haben wir denn hier? F. Interagieren. Dieser Grabstein wurde von der Geliebten des Verstorbenen graviert. Die schwarze Magie schwindet. Findet Frieden. Sprecht mit... Was, 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 was? Sprecht mit Ona. Da haben wir sie. Sprecht mit... Lass mich in Ruhe. Geh weiter. Ha. So. Danke. Ohne eure Hilfe hätte ich nicht hierher zurückkehren können. Was meint ihr? Was ist das denn jetzt für eine Tante? Schon wieder eine Göttin? Wir haben ja echt viel mit Göttern zu tun anscheinend. Quasseln sie einfach... Quasseln wir sie einfach mal an. Zum Zenobia ist das jetzt. Steht oben drüber. Ach, die Göttin der Winde. Ja, dann haben wir ja jetzt schon die dritte Göttin, die wir kennenlernen. Was hast du denn zu erzählen? Kehrt zurück und sagt meinem Volk, dass sich seine Quellen bald dem Ende nähern. Äh, dass sich seine Qualen bald dem Ende nähern. Ich werde ihnen helfen, die Untoten von hier zu vertreiben. Was euch betrifft, Crazy Bane, so gebe ich Zenobia, Göttin der Winde, euch meinen Segen. Mögen Arun und Shara euren Weg sicher erträumen. Es ist mir eine Ehre. Ich danke euch. Ah, jetzt müssen wir also doch wieder zurück. Sollen wir recht sein, gehen wir wieder zurück. Haben wir also jetzt auch die Göttin der Winde, Zenobia, kennengelernt. Ich dachte, Zenobia wäre irgendwas Böses, was mit Tulsa zu tun hätte. Aber gut, so haben wir halt jetzt schon den zweiten Segen einer Göttin. Die Göttin der Jagd haben wir ja jetzt mittlerweile auch schon kennengelernt. Die hat ja die Prüfung des Jägers für uns bereit gehalten. Wo ich erst gedacht habe, oh Gott, oh Gott, da war irgendwie, war das das Rieseneinhorn? Oder war das kein Einhorn? Aber das war auf jeden Fall Kuma, das war das gewesen, den wir da töten sollten. Die hat uns ja auch schon ihren Segen zuteil werden lassen. Dann hatten wir ja schon ziemlich zum Anfang des Let's Plays mit der Göttin Velik zu tun. Aus Velika, halt die Schutzgöttin, glaube ich, ist das gewesen. Und jetzt sie hier. Ja, schauen wir einfach mal, was uns jetzt als nächstes erwartet. Was wir machen müssen. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall Ende. Mich stört zwar ein bisschen, dass wir jetzt hier wieder ins Lager zurück müssen. Da hätten wir das ja doch dann von Anfang an schon machen können. Die dicke Mops-Tante da platt machen. Aber was soll's? Verfolgt nicht das? Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben den Hul Halki wieder. Ich habe mir gerade zwischen den Parts einfach gedacht, komm, ich setze mich einfach auf den Halki drauf, bevor ich die Tante da angreife. Damit wir wenigstens unser Mana, bei World of Warcraft wäre es die Wut gewesen, aber hier ist es halt Mana, dass das wenigstens ein wenig aufgefüllt wird und wir dann mit voller Mana angreifen können und alles raushauen können, was uns zur Verfügung steht. Was gibt's, Kind? Sagst du Kind zu mir? Ich bin... Na ja, sagen wir mal nix. Wie bitte? Die Bardin aus... War Zenobia? Ja, vergesst bitte, dass ich sie eine Spionin nannte. In Ordnung. Es entwickelt sich doch recht positiv. Wenn uns Zenobia hilft, ist vielleicht schon schneller alles vorbei, als wir es zu hoffen wagten. Geht zurück nach Arcarum und berichtet Herule davon. Auf der Stelle. Okay, dann müssen wir jetzt dahin wieder zurück. Ich bin gerade im Überlegen, ich kürze das mal ein wenig ab. Und zwar mit einer Teleportationsrolle sicherer Ort, selbstverständlich. Weil dann müssten wir eigentlich in die Stadt reinkommen und können da, glaube ich, dann auch unsere Schuhe abholen. Ich freue mich. Schuhe immer toll, vor allen Dingen, wenn es dann so orangene Schuhe sind. War doch orange, ne? Oder gelblich, keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall ganz geil, auch so vom Item-Level her waren die ganz geil. Ich glaube, die sind knapp zehn Item-Level mehr oder sowas, was sie uns geben. So, einmal da oben hin. Dort Bericht erstatten. Es ist eine Freude zu helfen. Ja, für mich auch. Oh, und da gibt es sogar die Schuhe. Sehr schön. Göttliches Eingreifen? Was? Nun, ich glaube da, ich glaube daran. Vielleicht singen die Baden einmal Lieder über euch. Bis dahin habe ich hier eine Kleinigkeit für euch. Von der Föderation und von uns. Ihr habt es euch verdient. Ich habe gerne geholfen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Haben wir da 900.000 Erfahrungspunkte für bekommen? Waren das jetzt echt 900.000 Erfahrungspunkte? Okay. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Schuhe an. Erstmal hier ein bisschen sortieren. Da müssten das die Schuhe sein. Genau, da sehen wir es. Super geile Schuhe. Ja, okay. Nicht ganz zehn Punkte. Das sind acht Punkte, die wir zusätzlich an Item-Level bekommen. Aber Verteidigung wesentlich besser. Gleichgewicht besser und Bewegung auf jeden Fall auch besser. Anziehen. Sehr schön. Da haben wir sie an. Passend passt das denn jetzt zum... Hallo? Ich wollte die Karte nicht ziehen. Passt das denn jetzt zum Rest überhaupt? Müssten wir eigentlich mal kurz gucken. Doch, die Schuhe passen sogar zum Rest des Outfits. Wie geil. Das ist richtig geil. So, und jetzt müssen wir nochmal ins Quest-Log gucken. Was haben wir denn jetzt als nächstes vor uns? Das haben wir abgeschlossen. Haben wir abgeschlossen. Spuren der Götter. Oh, Spuren der Götter haben wir jetzt komplett durch. So wie es ausschaut. Wir können also mit der anderen Quest in Alamantaya weitermachen. Der Verräter von Akarum. Das ist... Oh, da gibt es sogar Handschuhe für uns. Das ist auch geil. Aber... Moment, was habe ich mir jetzt im Moment ausgerüstet? Handeln nicht möglich? Ich muss gerade mal eben kurz gucken. Loyalistengriff wäre das, was wir kriegen. Also das auf der linken Seite. Ist aber auch besser. Das ist ganz gut. Dann kriegen wir da auch schöne neue Handschuhe. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal... Fliegen wir jetzt noch nach Alamantaya... Moment, wo sind denn die Quests? Da oben waren noch die Quests, oder nicht? Da sind noch zwei Quests zu machen. Ich glaube, die nehmen wir uns auf jeden Fall mal an. Gucken wir mal, was die von uns will. Ein fauler Apfel. Gucken wir mal einfach mal, was wir hier machen sollen. Warte mal, das war... Achso, nee, das war das schwarze Brett. Beim schwarzen Brett brauchen wir nichts. Aber gut, wir müssen hier irgendwen überzeugen, so wie es ausschaut. Und gucken wir mal, wo uns die Quest hinführt. Vielleicht ist das ja schon hier im Vorbereich. Ein fauler Apfel, genau. Vergesst nicht, warum wir kämpfen. Rache des Herzens. Und so, können wir da auch nochmal... Was ist denn das? Ach, das ist hier schon im Land. Ja, das ist ja super. Hier müssen wir ja sowieso demnächst questen. Dann können wir die Quests ja auch schon mal annehmen. So, jetzt werden wir erstmal hier kurz nach oben gehen. Noch mit dem nächsten quatschen. Und dann mache ich den Part halt einen Tacken länger, weil ich möchte auf jeden Fall noch bis nach Alemantaya zurückreisen. So, jetzt können wir mit dem quatschen. Mein Gott, was eine Quatsch-Quest. Es ist nun mal nichts umsonst. Ja, ja, ist schon klar. Nichts umsonst. Und wir dürfen wieder nach oben. Was ist denn das hier eigentlich für ein komisches Dingens? Sieht ja auch interessant aus, die Maschine hier. Hm. Vielleicht hat die später auch noch irgendwas zu bedeuten. Also, ich muss auch langsam sagen, so meine Erinnerungen an das Spiel schwinden gewaltig. Denn wir sind jetzt fast schon so weit, wie ich mit meinem anderen Charakter war. Und deswegen, also da bin ich schon gespannt drauf. Was müssen wir jetzt hin? Äh, wo soll das sein? Ach was? Wieder oben im nächsten Land, oder was? Hm. Naja, was soll's. Wir werden jetzt erstmal Richtung Flugpunkt und von da aus fliegen wir dann nach Alamantaya. Weil wir müssen ja hier sowieso hin, wieder zurück. Und die, ähm, Kathedrale dann betreten, wo das, äh, wo die Krypta des Nekromanten drin ist. Von daher ist das kein großer Umweg, wenn wir da jetzt erst hinfliegen. Und dann können wir ja hinterher immer noch wieder die anderen Quests abgeben. So, hier müsste irgendwo der Flugmeister sein. Der ist auch genau da unten, steht da schon. Da ist er schon, dieser Kleine mit seinem mit dem lustigen Helmchen, dem Pegasus-Helmchen. Äh, nach Alamantaya, genau. Zack, auf geht's. Und wenn wir dann in der nächsten Aufnahmesession hier in der Stadt wieder zurück sind, werde ich auch erstmal beim Spezialwarenhändler. Ich hoffe nur, der ist aktiv, weil manche Händler müssen von Gilden aktiviert werden, denn das ist ja hier dieses Gilden-Wahlsystem, wo dann die Gilden, äh, die Kontrolle über einzelne Gebiete haben. Und manchmal hat man halt das Pech, dass diese Spezialhändler von den einzelnen Gilden, die da gerade, äh, an der Macht sind, nicht, äh, aktiv sind, so dass man sich da die Sachen nicht kaufen kann. Nur, wie gesagt, ich, hier sollte hoffentlich aktiv sein, damit wir dann für die Instanz, ähm, die... Schriftrollen kaufen können, für den Fall, dass wir da dann in der Random-Gruppe irgendwann mal sterben sollten, dass wir da auch wieder zurück reinkommen. Irgendwie schade, dass es jetzt schon vorbei ist, weil ich würde gerne noch weitermachen, allerdings, äh, habe ich da einfach keine Zeit zu. Im Moment ist es echt, äh, stressig bei mir, dass ich ja, wie gesagt, ich muss ja mittlerweile immer morgen so aufnehmen, nach dem Aufstehen und dann hoffen, dass ich, ähm, genug Zeit habe, bevor ich zur Arbeit muss. Und da ich jetzt halt noch ein neues Projekt wieder anfangen möchte und auch euch dann veröffentlichen möchte direkt, muss ich mich da ein bisschen kürzer fassen mit den Aufnahmesessions. Aber so geht's ja auch, äh, für zehn Tage wieder ein bisschen was, dann kann ich nächste Woche, einmal in der Woche, so ein Fünferpart von Terra ist gar nicht schlecht, könnte ich eigentlich machen, zumindest, weil ich Frühschicht habe. Fünferpart Terra, Fünferpart, Defiance, ein Fünferpart von World of Warcraft und ein Fünferpart von Might and Magic 10. Da muss ich mal gucken, wie ich's mache. Dat muss ich echt mal gucken, wie ich's mache. So, auf jeden Fall gucke ich jetzt noch mal kurz bei P nach, dass wir uns den Spieler auch mal angucken. Ja, wir haben jetzt, äh, krass, wie ist das denn? Wir haben alles schon orange Klamotten. Bis auf die zwei Ohrringe und die zwei Ringe. Aber sonst wäre ich echt schon nicht schlecht ausgerüstet. Gut, dann können wir das schon mal nur zumachen. Gucken wir hier mal kurz rein. Wie sieht's denn hier aus mit dem Item Level? Für die Necromantencrypte, da bräuchten wir ein Gesamt-Item-Level von 77. Und was haben wir? Ja, äh, wir haben ein Gesamt-Item-Level von 91, also sind wir auf jeden Fall schon berechtigt, reinzukommen. Das ist nämlich bei Terra etwas anders wie bei World of Warcraft. Bei Terra ist es halt so, dass man, wenn man das passende Item-Level nicht hat, verhindert das Spiel schon alleine, dass man da reinkommt. Ich meine zumindest, so wäre es gewesen. Weil, dass man dann überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat. Weil, wenn man rein will, dann wird, sagt einem das Spiel, glaube ich, ähm, ihr müsst erst mal das passende Item-Level haben, um reinzukommen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das so das Spiel dann auch ein bisschen bestimmt, ob man, wie leicht man so durch die Instanz durchkommt oder so dergleichen. Also, so könnte ich es mir zumindest vorstellen. So. Dann können wir jetzt da und dann müssten wir gleich irgendwo ins Hauptquartier, der von Alemantaya reinkommt. Ist das hier? Ey, dass der Halki da ständig an der, da sitzen bleibt, ne? Ich helfe gern. Quatsch nur damit. Ich zeige euch, was ich will. Ah, der ist zum Teleportieren, der war nicht, ne? Alle sind müde hier. Gut, liebe Freunde, ich würde an dieser Stelle sagen, bevor wir hier durchgehen, mache ich dann erstmal den Cut und beim nächsten Part treffen wir uns dann hier in Alemantaya wieder und werden mal gucken, was die Anführerin von Alemantaya uns zu berichten hat und wo es mit unserer großen Reise weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin und bin für heute raus. Ciao!